Heute möchte ich dir eine Übung mitgeben, die mir persönlich sehr viel zum Thema Sehnsucht geholfen hat. Weil ich habe festgestellt, dass vor einer Weile ich sehr stark dabei war, in diesem Gefühl von, ah, ich brauche was von außen, ich sehne mich nach menschlicher Nähe oder nach Körperkontakt oder nach Sonne oder was auch immer. Ich habe gemerkt, mir tut das gar nicht so gut. Also das ist dann, da ist so ein Ziehen drin und ein Gefühl, was sich nicht so echt anfühlt. Und was ich für mich gefunden habe, was ich dir jetzt zeige, ist eine ganz einfache Übung. Nämlich erstens, setz dich einfach hin, wenn du merkst, da ist gerade dieses Ziehen und ich will irgendwas. Und konzentrier dich auf deinen Bauch. Also wirklich einfach die Intention auf deinen Bauch geben. Und tief reinatmen, spüren, was da ist. Vielleicht spürst du auch erst gar nichts. Und dich einfach immer mehr da hinein entspannen. Und wenn du merkst, es kommen vielleicht Gedanken oder es ist noch im Herzen was da. Lass das da sein und bring die Aufmerksamkeit immer wieder runter. Und ich merke, dass, wenn ich das mache, führt das dazu, dass ich dann irgendwann spüre, oh, jetzt kommt ein Impuls aus dem Bauch. Jetzt habe ich eine Klarheit aus meinem Zentrum heraus, was ich als nächstes machen will. Oder was auch für mich ansteht und was wirklich Sinn macht. Aber dann ist es kein Schuck aus Unklarheit und Herumgewusel handeln, sondern wirklich so, das steht für mich an. Das mache ich jetzt. Das will ich. Und es kann erst ein bisschen Übung erfordern. Also war bei mir zumindest so. Und war auch anfangs wirklich eine Überwindung, mich wirklich hinzusetzen und das einfach mal zu machen. Aber ich habe gemerkt, es wird immer leichter und leichter. Und jetzt mache ich das eigentlich täglich oder achte die ganze Zeit sehr darauf, wirklich aus meiner Mitte heraus zu handeln. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Nämlich von, ja, Fülle von Kraft, von Strahlen, von Lebensfreude, was ich damit verbinde. Und dann handele ich aus dem Bauch heraus mit dem Herzen. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern wirklich, du kannst das Herz mitnehmen, kannst auch den Verstand mitnehmen. Aber die Quelle dieser Kraft, die sehe ich im Bauch. Und, ja, ich bin gespannt, was du von der Übung hältst. Und wenn du so ausprobierst, was da bei dir passiert, da kannst du einfach gerne einen Kommentar schreiben. Ich freue mich. Und wenn du so ausprobierst, was da bei dir passiert, da kannst du einfach gerne einen Kommentar schreiben.